Und dann Moinsen zu den VfB-News. Diesmal vielleicht hört man es, oder ich hoffe fast, dass man den Unterschied hört, im Vergleich zum Mikrofon, das ich zu Hause habe, so das richtige Mikrofon. Hier nur das Handy-Ansteck-Mikrofon dabei, gerade bei der Fernmedie zu Hause wieder. Aber ich wollte das Ding jetzt mal aufnehmen, weil sich wieder so viel angestaut hat, so viel auch wieder an Gerüchten und so weiter. Und eben auch diese große Thematik, wir werden auch gleich anfangen natürlich mit Atakan Karasor. Ich wollte jetzt kein Einzelvideo zu machen, weil wir haben jetzt da nicht allzu viel, deswegen hier in dem großen Rahmen von dem VfB-News-Format halt so. Wir starten aber damit rein. Ja, kurzes Statement vom VfB von gestern. Ermittlungen gegen Atakan Karasor. VfB-Mittelfeldspieler Atakan Karasor ist in seinem Urlaub auf Ibiza festgenommen worden. Er bestreitet jede strafbare Handlung. Der VfB ist mit seinen Anwälten in ständigem Kontakt. Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, bitten wir um Verständnis, dass sich der VfB vorerst nicht weiter äußern kann. Und dann gab es natürlich einige Medienberichte auch schon davor, um was es ging. So von der Sun und natürlich auch von Sachen oder von Medien auf Ibiza so, klarerweise. Von da kommt es ja, wo er gerade seinen Urlaub macht. Und jetzt heute die Meldung vom Kicker noch aktueller. Stuttgarter Mittelfeldspieler wird einer sexuellen Straftat bezichtigt. Karasor drohen bis zu sechs Monate U-Haft. Und die melden eben auch nochmal, dass er scheinbar, das vermelden diese Medien eben mit Bezug auf diese Anzeige. Oder dem Grund, weswegen er jetzt in Untersuchungshaft steckt. Gemeinsam mit einem ebenfalls 25-jährigen Freund soll der VfB-Profi am vergangenen Mittwoch in seinem Urlaub auf der Partyinsel Ibiza eine junge Frau vergewaltigt haben. Wie gesagt, das wurde vermeldet eben von den Medien mit Bezug auf die Anzeige der 18-jährigen jungen Frau, die sich nach der Tat in ein Krankenhaus zur Untersuchung begeben habe. Das schreibt auch der Kicker. Auch mit Bezug auf die öffentliche Stellungnahme, bis er nicht logischerweise kurz bleibt. Alles, was ich dazu sagen kann oder sagen will vor allem auch, bleibt auch genauso kurz, weil ich habe logischerweise nichts mitbekommen. Wir waren alle nicht vor Ort. Das ist nur das Bier von der Justiz, von Karasor, von dem Freund, von der jungen Frau und das war's. So. Lasst die Justiz ihr Zeug machen. Ich habe hier ein Tweet mal beispielmäßig rausgenommen hier von Jens1893. Haltet bitte einfach nur die Füße still. Keiner von uns weiß, was passiert ist. Man muss ihn weder verurteilen noch verteidigen. Das sollen Anwälte und die Justiz klären, was da wirklich passiert ist. Danach kann man sein Urteil abgeben und ich glaube, darauf will ich es auch belassen. Ich kann auch nur wiedergeben, was die meisten Fans sagen. Man kann das sich bei einem Atakan Karasor irgendwie einfach nicht vorstellen. Ich meine, er hat auch eine Freundin. Das heißt, selbst wenn jetzt da nicht die Vergewaltigung vorgefallen ist, ist das auch schon sehr verwerflich so. Wenn er mit einem 25-jährigen Kollegen im Urlaub einen Dreier hat mit einer 18-Jährigen. Das ist schon da schon sehr verwerflich, wenn er eben auch eine Freundin hat, so wie ich es meine gelesen zu haben. Und logischerweise, klar, geschieht wie gesagt, großes Wort Unschuldsvermutung. Der bleibt bestehen. Bis da nichts klar ist, gibt es auch keinen Grund, irgendwas anderes zu sagen. Aber wenn das wirklich wahr ist, dann war es das halt komplett fertig aus. Ich glaube, das brauchen wir auch nicht groß zu überreden. Dann war es das mit der Karriere beim VfB, vielleicht auch mit der Karriere als Fußballer, wie auch immer. Wenn das stimmt, dass der auf seinem Urlaub auf Ibiza mit einem 25-jährigen Kollegen, Karasor ist ja glaube ich auch 25 selber, eine 18-Jährige vergewaltigt hat, dann heilige Scheiße. Aber, wie gesagt, nur noch ein letztes Ding hier, was eben vom Kicker so die Haupt-Headline war. Gerade auf den Balearen dauert die Untersuchungshaft oft mindestens sechs Monate. Da hat eine Rechtsanwältin sich geäußert gegenüber dem Kicker. Das heißt, das könnte sich da natürlich auch einiges, einiges an Zeit dauern. Solche Fälle auch immer sehr, sehr schwierig. Ich meine, hier steht ja irgendwas, dass sie sich ins Krankenhaus zur Untersuchung begeben hat. Das heißt, da könnte es ja dann Klarheit geben, je nachdem, wie weit eben diese Vergewaltigung ging. Wenn ihr versteht, was ich meine, mehr habe ich da jetzt auch medizinisch, wie auch immer, keine Ahnung von. Aber ich hoffe, dass sich das natürlich im Guten löst. Also im Sinne von, dass er es nicht getan hat. Weil wenn, wie gesagt, heilige Scheiße, dann war es das komplett. Der VfB hat jetzt sowieso schon dadurch eine riesige Aufmerksamkeit bekommen, wie viele darüber auch schon schreiben. Das würde ein sehr, sehr schlechtes Licht werfen. Und natürlich in erster Linie eine grausame Tat an der Frau, wenn das wirklich stimmt. Also sehr, sehr krass. Es ist auch wirklich ein schwieriges Thema. Generell auch auf Twitter und so weiter. Weil natürlich viele auf dem Sinn von wegen, ja, Unschlussvermutung erstmal, was ja völlig richtig ist. Viele aber natürlich auch richtigerweise sagen, ne, diese Fälle, wo sowas gemeldet wird, eine Vergewaltigung und so weiter. Und da ist die, ja, die Prozentsalte der Fälle, die dann quasi falsch waren, die fake waren, die irgendwie, das hatten wir ja auch in der USA oder so, gibt es das oft. Gerade bei, auch so, keine Ahnung, so Highschool-Football-Geschichten und so weiter. Oder gerade auch bei größeren Profis eben, ne, wurden auch oft Karriere oder schon manchmal Karrieren zerstört oder versucht, Karrieren zu zerstören mit einfach falschen Vorwürfen von sexuellen Übergriffen oder ähnlichen, ne. Ja, die Seite gibt's auch, aber eben diese andere Seite auch, dass man natürlich auch irgendwo da Glauben schenken sollte, weil da bisher auch nicht wirklich, ja, die Prozentsalte an den Fällen, die wirklich falsch waren, dann nicht allzu hoch ist. Und natürlich dann auch wichtig ist, Frauen gerade in dem Bereich, natürlich auch Übergriffe an Männern, aber gerade vor allem auch Frauen in dem Bereich, auch eine grundsätzliche Form von, ja, Glauben zu schenken einfach, ne. Also, das ist eine sehr, sehr schwierige Debatte. Wie gesagt, ich habe ja wieder länger geglaubt, als ich eigentlich wollte. Wir halten es wie der Tweet. Füße still halten. Wir wissen absolut nichts, was passiert ist. Keiner war dabei. Die Justiz wird das klären. Wie lange das dauert, haben wir jetzt gerade schon mitbekommen. Könnt länger dauern. Solche Fälle immer schwierig, auch mit Nachweis davon und so weiter, was jetzt wirklich genau vorgefallen ist, weil da wahrscheinlich auch weitestens Ziele einfach Aussage gegen Aussage steht, ne. Aber Füße still halten. Wir haben alle, keine Ahnung, wir müssen uns alle auch keine dummen, keine Ahnung, Gedankenspiele machen oder irgendwelche Beispiele aufsetzen. So hätte es ja gewesen sein können. Oder auch einfach schon Vorwürfe machen, von wegen, die hat Scheiße geglaubt, das stimmt eh nicht. Karasor macht das nicht. Oder auch in eine andere Richtung, das war safe Karasor. Gibt es auch wieder viel Fremdenfeindlichkeit. Das ist ja, glaube ich, Deutsch-Türke. Ganz, äh, Fremden, Fremden ist natürlich auch das Wort, Äh, Ausländerfeindlichkeit. Ähm, ja. Ja, sehr, sehr schwieriges Thema. Damit ist jetzt hier abgehakt und wir gehen weiter oder lasst mir gerne eure Meinung in den Kommentaren da. Natürlich mit dem großen Label drüber. Bitte respektvoll, sachlich, ruhig in dem Wissen. Wir waren alle nicht dabei. Wir haben alle keine Ahnung. Es gibt noch keine Klarheit in dem Fall, ne. Das ist auf jeden Fall der große Disklaimer bei dem Thema. Mal gucken, wann wir sie bekommen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr, ja, sehr, sehr krass, was da passiert ist. Jetzt gehen wir weiter. Zu, äh, ein bisschen Transfergerüchte mäßig. Immer mit der größten Block hier in den VfB-News. Das ist eine klare Geschichte. Ähm, TBD ist ein bisschen ein Thema geworden. Ähm, auch der Vater hat sich jetzt irgendwie nochmal geäußert, weil er jetzt natürlich beim VfB irgendwie ein bisschen außen vor zu sein scheint, ne. So ein bisschen disziplinarisch und so Problemchen gemacht. Äh, ja, keine Ahnung. Vielleicht noch nicht so ganz im Kopf, im Mindset von dem Profi angekommen, TBD, was ja auch irgendwo vollkommen okay ist. Im Sinne von, der ist auch noch 18, 19, bin ich gar nicht sicher. Also, auch das ist ihm irgendwo zu verzeihen. Und das Ding ist ja auch, er wirft sich ja nur selber damit zurück, ne. Also, mal gucken, wie es da jetzt mit TBD weiterläuft. Äh, auch das Thema hatten wir schon mal. Ähm, Laurin Ullrich, dass die Bayern da scheinbar dran sein sollen. Ähm, kam jetzt hier auch nochmal auf, dass es hier Bemühungen gibt. Ähm, sein Berater lustigerweise, Roman Rummenigge. Auch super, super passend, dass er Roman Rummenigge als Berater hat. Ähm, ne, mit Karl-Heinz Rummenigge und so weiter bei den Bayern. Äh, ja, hat bis zu 23 Vertrag. Mit einer Option, den bis zu 24 zu verlängern. Ähm, mal gucken. Ich denke mal, der wird beim VfB bleiben. Also, keine Ahnung. Hat ja viele Gegenbeispiele mit, äh, Gott, wie heißt der denn jetzt? Mit Dayaku, so heißt der, mit Dayaku und so weiter, die zu den Bayern sind oder zu anderen großen Klubs, die da eben absolut nicht ihren Weg gemacht haben. Deswegen vielleicht da einfach mal Ruhe bewahren und länger beim VfB bleiben. Wäre sehr schön, wenn da Talente halten könnten. Äh, Schalke würde auch gerne Julinov halten. Ähm, das bisschen schwierig, weil ich glaube fast nicht mehr dabei, dass der im Sommer fix zu Schalke wechselt. Ne, was ja immer aufgerufen wird, irgendwie drei Millionen oder sowas. Ähm, ob es jetzt angemessen ist oder nicht. Aber das wird Schalke nicht bezahlen. Ähm, ganz sicher nicht. Was jetzt eben der Kicker scheinbar auch berichtet hat, äh, ist eben, dass es wieder eine einjährige Laie mit Kaufoptionen im Raum steht. Damit könnte man, könnte als Schalke, wäre Sicherheit da, er bleibt ein Jahr. VfB wüsste, ey, wenn die drinbleiben oder so, oder durch die Bundesligereinnahmen, könnten sie nächsten Sommer auch bezahlen. Das ist, glaube ich, somit die logischste, äh, ja, logischste Idee, die man da so machen könnte. Das typische Bild von Laie-Kaufoptionen. Ähm, Mamouche, äh, wirkt sehr unwahrscheinlich. Wird hier vom Zeitungsverlag Weiblingen berichtet, dass der Kollege, ja, seinen Weg zurück zum VfB findet, ne. Laie ist ja ausgelaufen, ist beim VfL in Wolfsburg am Start. Wüsste auch nicht, warum er da groß viel Spielzeit bekommen sollte. Da gibt es ja so viel da vorne. Gruße, Wind, Matcher haben sie, jetzt haben sie ja Wimmer noch geholt von Bielefeld. Also ich wüsste echt nicht, warum der da vorne Spielzeit bekommen sollte. Aber mal gucken, wo es Mamouche hinführt. Da war ja auch in die Rede, glaube ich, von 5, 6 Millionen. Das ist halt auch wirklich nicht wenig Geld, ne. Ja, das, ja, mal gucken, ob der den Weg zu uns findet. Aber ich glaube, wir werden uns da eher woanders hin orientieren. Ähm, gibt einige keine Daten für eine Laie oder für eine direkte Abgabe. Bei ihm jetzt hier in dem Fall tippe ich mal eher auf Laie, Matteo Klimowitz. Ähm, und da gab es das Gerücht rund um Charlotte FC. Du wirst wahrscheinlich so rausgesprochen. Ähm, Major League Soccer. Eine Laie in die MLS. Das klingt ja ganz nett. Äh, das wäre halt für mich keine Laie, wo ich sagen würde, ey, geil, der geht da hin und entwickelt sich weiter, kriegt Spielzeit in einer guten Liga. Ich meine, die MLS ist jetzt auch nicht so scheiße, wie es manchmal dargestellt wird. So als Rentnerliga, wo du irgendwelche Altstars hinwegseln. Ich glaube, die ist auch schon durchaus ein bisschen besser geworden mittlerweile. Aber das wäre für mich kein Klub oder keine Liga, wo ich als Ministerin sage, boah, geil, dass das Angebot kam, ey, geh mal rüber, mach mal Laie, du wirst dich richtig geil entwickeln. Also, das sehe ich halt überhaupt nicht. Was man vielleicht bald sehen könnte, ist William Mikkel-Prenzis beim VfB. Ich glaube, auch schon ein, zwei Mal darüber berichtet er in den VfB-News. Ähm, würde von Metz kommen. Und da gibt es auch jetzt sogar französische Artikel, die sagen, ja, der wird wechseln so. Der geht nicht mit runter, ist ja nicht abgestiegen. Der geht nicht mit runter in die Ligue de, sondern kommt zum VfB. steht hier auch dran, äh, ist eben der Rechtsverteidiger da aus der französischen Liga gegen Ende mehr oder minder Stamm gespielt. Oder auf jeden Fall sehr viel Spielzeit bekommen dort. Spielt auch in der U-Nationalmannschaft von Frankreich, äh, ist eben auch noch, ne, 18 Jahre alt. So, das ist jetzt keiner, der bei uns, glaube ich, von Beginn an spielen wird. Aber, ähm, ja, Außenverteidiger-Positionen werden wir brauchen. Werden wir Backup brauchen, Talent brauchen. Jetzt Rechtsverteidiger, zum Beispiel, hast du ja Stenzel noch so als Nummer-eins-Option. Da ist Mikkel-Prenz, das ist bestimmt keine schlechte Idee. Äh, und da, ja, in den Gewässern fischt ja ein bisschen, hat mal gerne in Frankreich. Kommen wir zu Sosa, der wohl scheinbar auch beim BVB, äh, mal auf dem Zettel steht oder stand. Ich weiß nicht, ob das so irgendwie aufgewärmt wurde, das Gerücht von vor Ewigkeiten. Ähm, sonst ist es auch irgendwie mehr recht rumgelaufen, ne, wir kennen die Gerüchte von Chelsea. Ähm, ich gehe auch weiter davon aus, dass der im Sommer wahrscheinlich gehen wird. Das Einzige, was das vielleicht noch kaputt machen könnte, so ein Move, ist eben seine Verletzungsanfälligkeit. Jetzt auch wieder, äh, für die kommenden Nations-League-Spiele, äh, ist er ausgefallen oder wird er noch ausfallen, ne, das wird er von vor vier Tagen. Äh, der Tweet hier, ähm, ja, die Verletzung bei ihm hält sich hartnäckig. Vielleicht ist das so ein bisschen ein Abturn für manche Klubs, dann wirklich die Kohle auf den Tisch zu legen für Sosa. Und Dortmund wird es auch sehr sicher nicht werden, weil die trotz der weiteren Bundesliga vor sich hin, vor sich hin fischen, ähm, aber wohl bei David Raum landen werden. Das klingt gerade so mit am nächsten, dass tatsächlich David Raum zu Dortmund wechselt, was ein sehr starker Transfer wäre. Wobei Dortmund, glaube ich, da erstmal auf andere, äh, auf andere, äh, ja, Einnahmen erstmal warten muss. So Guerreiro oder Schulz oder sowas, die haben jetzt klar durch Haaland gut Geld eingenommen, aber auch jetzt nicht, ne, den Geld scheiß er bei sich. Deswegen mal gucken, ob das wirklich passiert, aber dann wohl eher Raum, nachdem sie auch Benze Baini scheinbar nicht bekommen von Gladbach. Ähm, dann auch hier das kurz angesprochen, das Thema hier, ähm, die Meldung von der Sportbild, dass die Bayern wohl weiterhin Kalajic Interesse haben und wohl zwei Bayern-Spieler für uns interessant wären, nämlich Joshua Zirkzee und Oma Richards. Äh, ne, Zirkzee direkt als Ersatz für Kalajic und eben auch dann für Sosa Richards als Ersatz, also nicht im Tausch von Kalajic. Und Sosa für Zirkzee und Richards, sondern wirklich nur Kalajic und dann Zirkzee und, äh, Richards zu uns. Glaube ich nicht dran, gab es auch nichts weiter Festeres. Vielleicht eher als Einzelgerüchte, dass wir interessiert wären an, ähm, an, äh, Zirkzee, wäre ich auch gar nicht so 100% abgeneigt. Also der war jetzt echt nicht schlecht bei den Bayern, auch in Anderlecht eine sehr gute Live-Phase gehabt. Da ist halt die Frage, legen wir wirklich irgendwie 10 Millionen oder sowas für Zirkzee auf den Tisch, die es wahrscheinlich so grob dann werden würden. Ähm, aber was ich glaube ich auf jeden Fall ausschließen kann, ich glaube so wirkt für mich auch ein Misslintat nicht, wäre sowas wie wirklich Tau-Stils. Also das ist halt einfach, ja, das sind einfach FIFA, FIFA-Gedankenspiele, wirklich einen Tau-Stil zu machen, Kalajic rüber und dann Zirkzee und Richards zu uns vielleicht noch 5 Millionen obendrauf und fertig ist. Das sehe ich mal absolut nicht. Also Tau-Stils würden mich sehr wundern, das sind nur irgendwelche Gedankenspiele, würde ich sagen. Äh, der Berater von Kalajic, Sascha Empacher heißt er, ähm, sagt, dass er in seinem Alter einer der besten Stürmer Europas ist. Und will damit auch nochmal ein bisschen, ne, hochtreiben, die Summe, ein bisschen Interesse an ihm wecken, was er wahrscheinlich geführt auch gar nicht machen muss. Wir haben ja schon oft genug darüber gesprochen, wie viele Klubs an Kalajic Interesse haben, ne. Ich glaube, der muss das gar nicht selber noch irgendwie hochtreiben, das Ding. Ähm, das hier ist mit die interessanteste Aussage, finde ich, oder mit die schönste auch, wenn sie denn stimmt. Ähm, ne, immer wieder so mündliche Absprache. Und ich glaube kaum, dass es bei ihm irgendwo jetzt auf schwarz und weiß irgendwo unterschrieben steht, dass sie es so machen. Aber es wäre sehr geil, wenn es passiert. Und Misse hat sich so geäußert. Es hat sich auch Werle so geäußert. Nämlich, dass es von Kalajic die Zusage gibt, dass er uns auf alle Fälle nicht ablösefrei verlassen wird. Bedeutet, wenn auch von ihm, von seiner, wie gesagt, ich bleibe dabei kurz noch, ich bleibe dabei, der ist weg im Sommer. Aber wenn er es nicht sein würde und kein Klub ihn dann doch nimmt, sondern eben erst auch sagt, komm, nochmal ein Jahr VfB, tut auch nicht weh. Nächstes Jahr ist irgendwie ein Klub nochmal ein bisschen entwickeln und so weiter. Für den Fall, dass er bleiben würde, würde es auch automatisch heißen, er verlängert den Vertrag. Weil 2023 läuft er aus nächsten Sommer und dann wäre er ablösefrei zu haben. So wie es klingt, gibt es die klare Absprache und Zusage von Kalajic. Er wechselt nicht ablösefrei. Ablösefrei heißt, wenn er diesen Sommer nicht wechselt, wird er nochmal ein Jahr verlängert, zwei verlängert oder wie auch immer. Wir bekommen auf jeden Fall eine Ablöse für Sascha Kalajic. Und das fände ich sehr, sehr geil und auch sehr, sehr wichtig für unsere Kasse einfach auch. Auch hier Agent von Kalajic wahrscheinlich auch in London am Start. Gibt auch einige englische Klubs im Rennen. Auch ein paar aus Italien. Also Auswahl ist genug da. Es ist die Frage nur, wer es wird. Am ehesten klingt es gerade nach dem BVB. Favorit auf die Nachfolge von Haaland Kalajic. Kalajic, Ablöse beträgt rund 23 Millionen Euro. Wenn der Spieler am 20. Juni aus dem Urlaub zurückkehrt, könnten in Kürze persönliche Konditionen vereinbart und der Deal abgeschlossen werden, berichtet die Bild. Ja, mal gucken. Die BVB-Fans sind so ein bisschen zwiegespalten. Weil da möchte ich auch mal ganz kurz drauf eingehen und ganz kurz eine Lanze brechen für Kalajic in dem Sinne. Weil, ey, wie viel auch von den Bayern-Fans, generell die deutsche Fanbase rund um Dortmund, Bayern und so weiter. Auch VfB, wir haben auch beim VfB, ist nicht nur eine geile Fanbase. Wir haben eine sehr, sehr anspannte Twitter-Bubble so. Aber was da manchmal unter den ganzen Gerüchten steht, dass Kalajic zu Bayern gehen könnte, zu Dortmund gehen könnte. Ey, wie viele die, wie viele die, ja, Kalajic runterreden auf einem Kreisliga-Spieler, könnte ich echt ausflippen teilweise. Wie viele da glauben, dass sie jetzt irgendwie den nächsten, direkt den nächsten Haaland bekommen, direkt den nächsten Lewandowski bekommen. Oder immer die, finde ich auch hier generell, ob er zu den Bayern geht, zu Dortmund geht. Für mich persönlich wäre es am liebsten, dass er irgendwo ins Ausland geht. Ich habe keinen Bock gegen meine Lieblingsspieler quasi oder gegen Fan-Lieblingsspieler direkt wieder auf sie zu treffen, so in der nächsten Saison. Wie auch bei Kobel, so. Lieber ins Ausland gehen, dann entwickelst du dich da, gehst da, machst da keine Gerüchte. Und ich muss es quasi nicht vor mir miterleben, so, wenn ihr versteht, was ich meine. Also, von mir wäre es lieber, wenn man es irgendwo ins Ausland wechseln würde. Gibt auch das Gerücht rund um Tottenham, was ich ganz cool fände. So ein bisschen als, ja, Anwärter dann später auf den Ersatz für Kane. Das wäre auch vom Spieltyp quasi genau das Gleiche. Und auch da, um hier kurz den Punkt wieder weiter einzuleiten, da ist das Feedback auf solche Gerüchte viel geiler. Oder, ey, die englischen Fans sind, wären viel, viel zufriedener zu sagen, boah, cool, Kalajic kommt, ach komm, geben wir mal eine Chance. Ja, gut, Stuttgart, ne, kurz vor Abstieg, aber ey, die sehen doch gut aus, die Werte und so weiter. Die sind viel positiver. Wenn du da beim BVB reinguckst, in die Bubble, bei Bayern reinguckst, ey, da wird manche durchdrehen, wenn der kommt und sagen, um Himmels Willen ist der scheiße, der macht bei uns gar nichts. Ich möchte nur kurz mal durchgehen, was der Mann gemacht hat bei uns, ohne jetzt irgendwie sonst wohin hochheben zu wollen. 19, 20 kam er vor der Saison, in der Vorbereitung verletzt, die gesamte Saison verletzt gewesen, kurz letzten ein, zwei Spiele noch gemacht und das auch nur, weil wir Corona-Unterbrechung hatten, sonst wäre die Saison ja schon längst vorbei gewesen. Dann kommt er rein, 20, 21, wir vertrauen ihm, dass er das macht, als Nummer 1 Stürmer, den wir auch Gommels dann aufgehört hatte, mit der jüngsten Mannschaft der Liga. Wir gehen da rein, gerade er ist aufgestiegen, Aufsteigermannschaft und ich habe es nochmal nachgeschaut, er macht in 33 Spielen, macht er 22 Scorer, Alter. 33 Spiele, 22 Scorer. Dann diese Saison, blöde Verletzungen, hier mal Corona, gerade für Verletzungen kann er nichts, das war gerade diese Schulterverletzung da gegen Leipzig, da direkt am zweiten Spiel, das war wirklich zufälliger und unglücklicher geht es ja fast nicht. So eine Ecke, ein doofer Zweikampf und das war es wieder. Also kann er nichts dafür, kommt in die Mannschaft rein, die bestimmt wollte, aber auch einfach verunsichert gekickt hat, die gerade Abschlussprobleme hatte da vorne, die Offensivprobleme hatte da vorne. Und selbst in der Mannschaft, die da kurz davor ist, Richtung Abstieg zu trudeln, macht der jetzt auch die Saison 8 Scorer in 15 Spielen. Das ist eine richtig gute Quote so und dann eben noch dieses Gesamtpaket, 2 Meter groß, starkes Kopfballspiel, wirklich auch ein ordentlicher Abschluss, klar, der hätte auch ein paar mehr machen können. In München zum Beispiel auch gegen Köln ein paar offenere oder mit Platz Situationen, wo er einfach das Ding aufs Tor bringen muss, mal mindestens und das halt nicht tut. So und auch vor allem eben für 2 Meter, für so einen schlachsigen Typ da vorne drin, eine überraschend feine und starke Technik, so 24, großes Potenzial. Also wie gesagt, das Interesse von diesen ganzen Top-Klubs auch, das kommt nicht von ungefähr so. Und das regt mich echt auf, wie da manchmal kaleidisch Quilt runtergeredet wird, als wäre das irgendwie, keine Ahnung, der nächste Day wie Selke oder sowas jetzt vom Spielertypenvergleich, so Größe und so weiter. Ey Jungs, also ich glaube, der würde bei Dortmund funktionieren, bei Bayern auch, keine Ahnung. Also ja, in welcher Form er funktioniert, ist natürlich die andere Frage, wie stark, wie gut er funktionieren würde, ist die andere Frage. Aber er würde funktionieren, er würde bei keinem Klub von denen, glaube ich, da reinkommen und 3 Saison-Tore machen. Das würde bei allen Klubs funktionieren, wenn sie eben auch die Spielweise mehr oder minder auf ihn anpassen, dann halt. Und jetzt hier noch ein paar Aussagen, die so ein bisschen Richtung Missentat oder Kaderplanung generell gehen. Wir müssen nicht alle 3, also kaleidisch, Sosa, Mangala verkaufen. Für keines davon haben wir noch ein konkretes, für keinen davon haben wir noch ein konkretes Angebot erhalten. Wir sind beruhigt und wir haben für alle 3 konkrete Preisvorstellungen, die da wären, laut dem Zeitungswerk Weiblingen, 30 Millionen Kalajdzic, 25 Millionen Sosa und 20 Millionen Mangala. Ich glaube, wir können uns über Kajdzic und Sosa unterhalten. Mangala, da legt kein Verein der Welt aktuell 20 Millionen auf den Tisch. Ich glaube, der wird nicht gehen, im Leben nicht. Und auch wichtig, richtig, was er da macht oder vom Suchprofil her richtig, wir suchen einen vielseitigen Verteidiger. Brauchen wir auch da hinten, da brauchen wir Backups. Das ist sehr, sehr wichtig. Hier nochmal, VfB-Trio soll verliehen werden, so ein bisschen für die Planung. Wir hatten Klart Krimovic genannt, Massimo auch auf der Leihliste und Ömer Beyers auch auf der Leihliste. Alles okay, würde ich sagen. Brauchst auch keinen von denen, das wirklich direkt abgeben, außer es kommt ein gutes Angebot. Verleihst die, ich glaube beide oder alle 3 nichts, das ist auch jetzt nicht die Riesenchance, außer sie beweisen sich in der Vorbereitung. Aber würde ich mitgehen bei den Planungen. Auch interessant, ein Bild von der Sportbilt, die Topverdiener aller Klubs. Gehalt in Millionen pro Jahr für die Saison 2022-2023 steht hier dran. Topverdiener der ganzen Liga ist Lewandowski mit 24 Millionen. Und danach kommen Reus und Süle für 12 Millionen beim BVB. Okay, aber VfB am interessantesten auf Platz 13, geteilter Platz 13, also so gesehen ist Bremen Platz 14. Doof gesagt, Sosa ist bei uns scheinbar der Bestverdienendste. Alle Gehälter sind geschätzt von der Bild, aber scheinbar der Bestverdienendste mit 2,5 Millionen. Gleich auf Füllkrug bei Bremen, der auch 2,5 Millionen bekommt. Und ja, das heißt 2,5 Millionen, wahrscheinlich wird dann in dem Bereich auch ein Kalajtic liegen vom Gehalt her. Aber gut, Sosa wird natürlich auch noch öfter mal nachverlängert oder vorverlängert, heißt ja eher. Mal gucken, wer beim VfB noch so diese 2,5 Millionen schweben wird. Aber Topverdiener 2,5 Millionen bei uns als höchstes Gehalt. Finde ich, glaube ich, voll okay. Ich glaube, der hat damals gefühlt einen Bartstuber mehr verdient. Also das finde ich vollkommen okay, das Gefüge dann scheinbar. Insider-Geschichten, so ein bisschen Eigenkategorie, weil es sind eben einfach Transfermarkt.de-Insider-Gerüchte. Scheinbar haben wir Ehren oder werden wir Ehren-El-Mali holen. Einigung erzielt. Ein Linksverteidiger aus der Türkei, also türkischer Linksverteidiger, der auch in der Türkei spielt. Bei Kasim Pasa in der Super League, 21 Jahre alt ist der Kollege, hat auch schon ein A-Länderspiel gemacht bei der türkischen Nationalmannschaft. Kostet wohl, was steht hier, 4,5 Millionen plus weitere Boni im Erfolgsfall und Weiterkaufsbeteiligung. Mal gucken, mal gucken. Gibt noch andere Vereine scheinbar, die die Forderung auch erfüllen würden. Aber laut der Quelle hier, oder laut der Quelle von der Quelle quasi, die scheinbar sehr gut informiert ist normalerweise, könnte er zum VfB kommen, wäre dann so gesehen Sosa-Ersatz. Wir hatten da ja, wie heißt der, Yilmaz heißt der, irgendwie Ritwan Yilmaz, glaube ich. Den hatten wir Ewigkeit in den Gerüchten als Linksverteidiger. Sind wir scheinbar auch interessiert dran, oder interessiert daran gewesen, besser gesagt, weil der sich wohl eher für Frankfurt entscheidet. Kostet gar nicht so viel. 3, 4 Millionen, glaube ich, auch ähnlich wie der hier. Aber der entscheidet sich wohl für Frankfurt und eben auch für dann Champions-League-Spielen. Auch sehr schön. Wir haben vielleicht, vielleicht einen Nachfolger von Subasa1893. Mujey005 heißt er auf Twitter, auch auf Transfermarkt.de bekannt. Der hat zum Beispiel auch schon so ein bisschen als Arbeitsnachweis, der hatte schon zwei oder drei Tage, glaube ich sogar, bevor es offiziell wurde, von Thiago Thomas berichtet, dass der kommen wird im Winter, auch die richtige Aktion mit quasi bis 2023 Laie, anderthalb Jahre, danach Kaufoptionen für den Betrag, der jetzt auch immer wieder von allen geschrieben wird, diese 13, 14 Millionen, den hatte er schon früher berichtet auf Transfermarkt.de in den Foren. So ein bisschen als Arbeitsnachweis, wie gesagt. Er hat gesagt, scheinbar sind wir in weiten, oder nee, falsch, sorry, wir waren in sehr weiten Verhandlungen über einen Transfer von Ferran Jutkla vom FC Barcelona. Brügge setzte sich jedoch beim Wettbieten durch. 5 Millionen gezahlt, er wäre gern zu uns gekommen. Scheinbar ist ein Stürmer, habe ich kurz geschaut, der vor allem eben bei Barcelona B gespielt hat, der auch wirklich gut gescored hat, gut gesammelt hat, die Vorlagen und Tore. Aber wie gesagt, ist jetzt bei Brügge, glaube ich, auch schon offiziell das Ding. An dem waren wir scheinbar sehr nah dran. Also mal gucken, ob der uns noch ein bisschen mehr berichten kann. Wirkt so, als wäre er jetzt recht aktiv auf Twitter. Mal gucken, ob wir da einen neuen Insider haben, quasi, um den Sommer nochmal ein bisschen spannender zu machen, was so Transfergerüchte angeht. Weil auch wenn es oft Quatsch ist und so Geschichten, zum Beispiel auch Cavani zu Schalke und dieser ganze Twitter-Quatsch, aber das macht den Sommer einfach viel, viel spannender. Ist einfach so, egal wie viel Blödsinn da auch dabei ist, das macht den Sommer einfach viel, viel spannender, sowas zu haben. Zwei offizielle Sachen haben wir, wohl überhaupt zweieinhalb haben wir offizielle Sachen. Der Offensivspieler hat auch ein Probetraining in Hoffenheim absolviert, sich allerdings für die Schwaben entschieden. Das ist schon mal ein wunderschöner Satz aus dem Sky-Artikel zum 16-jährigen Christopher Olivier. Da hat er noch ein I, schreibe ich, Olivier. Klingt ein bisschen französisch, egal. Ist ein Österreicher. 16 Jahre alt, ich meine Offensivtalent, bin mir gerade nicht sicher, aber der kommt zum VfB in den Jugendbereich. Scheinbar ein sehr, sehr großes Talent. Mittelfeldspieler steht hier nochmal, jetzt haben wir es auch. Und der Satz ist einfach schön. Das ist schön für jeden VfB-Fan, sowas zu hören, glaube ich. Hat den Probetraining in Hoffenheim absolviert, sich aber für den VfB entschieden. Schon mal absolut die richtigen Beweggründe genommen, der Kollege richtig stark. Und eben ganz offiziell. Makliza wechselt fest zum FC St. Gallen. Er war ja ausgeliehen dahin. Unser 23-jähriger Innenverteidiger, der kurz gegen Bielefeld mal drei, vier Minuten bekommen hat, kurz vor Schluss beim 1-0 jetzt mal verloren haben zu Hause. Danach im Winter ist er zu denen gegangen. Kaufoptionen hatten sie, haben sie gezogen. Hat sich scheinbar sehr gut entwickelt in der Laie. Bei denen ist halt auch eine Schweizer Liga so. Deswegen ist vom Niveau natürlich noch etwas anderes als die Bundesliga. Aber was wir da haben, falls er nochmal wirklich richtig stark werden sollte, wir haben scheinbar eine Rückkaufoption für 2023. Also nächsten Sommer könnten wir ihn zurückholen mit einer festgelegten Summe, die es hier aber noch nirgends irgendwie genannt wird. 900.000 Mark mit hat er, also allzu teuer wird es wahrscheinlich nicht sein. Aber wir hätten eine Möglichkeit. Sollte sich das, ich glaube, Eigengewächs, oder zumindest war er lange bei uns in der Jugend, sollte er sich so stark entwickeln, könnten wir ihn zurückholen. So, und deswegen jetzt hier 2,5, weil es nicht wirklich was von uns ist, aber eben so ein bisschen Bezug zu uns hat. Kevin Stöger wechselt zu Bochum. Der war ja auch in dieser Ecke mit drin, wo es hieß, dass vielleicht Boetius kommt oder eben irgendeiner, der ablösefrei ist von Mainz. Da war ja Stöger dabei und Boetius Stöger hat schon mal ablösefrei, dann wohl zum VfL Bochum gewechselt. Genau. Dann auch noch zum Abschluss quasi, Marktwert-Updates gab es von Transfermarkt.de auf Transfermarkt.de Hier hat zum schönen Weiß immer wieder der Cannstatter-Blog hier alles rausgearbeitet, wo es Veränderungen gab. So muss man sich alles durchlesen. Müller ist um 500.000 gesunken auf 5,5 Millionen Marktwert. Dinos ist um 2 Millionen gesunken auf 15 Millionen Marktwert. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil er jetzt keine Ahnung bei uns verlängert hat. Ich weiß echt nicht, was die Scheiße soll. Sosa um 3 Millionen hoch, 23 Millionen Marktwert mittlerweile. Ito um 1,5 Millionen hoch, ein 4,5 Millionen Marktwert. Karasso auch hoch um 1,5 Millionen auf 4,5 Millionen Marktwert. Endo um 2 Millionen runter, 8 Millionen Marktwert. Auch einfach frech den Down zu graden. Eklov um 200.000 runter, 800.000 am Marktwert. Massimo hat eine Million eingebüßt, 2 Millionen Marktwert jetzt noch. Kalajc hat auch 3 Millionen oben drauf bekommen, obwohl er ja noch ein Jahr nur noch ein Jahresvertrag hatte und die Saison nicht wirklich viel gespielt hat. Aber scheinbar auch die Gerüchte um die Klubs, die ihn so holen wollen, vielleicht haben die das auch beeinflusst. Keine Ahnung. 3 Millionen hoch auf 25 Millionen. Mamusch ist um 1,5 Millionen hoch auf 6 Millionen. Und guck mal an, 2 Millionen Marktwert hoch bei Thiago Tomas. Der hat auch mittlerweile schon einen 7 Millionen Euro Marktwert. Wie gesagt, wir haben eine Kaufoption, die wir spätestens im Sommer nächstes Jahr ziehen können, aber scheinbar irgendwie auch jederzeit ziehen könnten, keine Ahnung, die bei 13, 14 Millionen liegt. Lass sie nächste Saison genauso weiter abgehen und dann hat er im Sommer irgendwann ein Marktwert von 10, 14 Millionen. Und auf einmal ist das völlig marktgerecht und du kannst ihn vielleicht tatsächlich verpflichten. Bin ich sehr gespannt. Hab ich sehr Bock auf Tomas in der nächsten Saison. So, Kicker-Rankings haben wir einige. Haben wir auch schon angesprochen im letzten VfB-News, glaube ich. Wir machen hier weiter. Mittelfeld Defensiv ist, also damit weiter, wer beim VfB vertreten ist, ist Endo auf Platz 13 dabei. Nationale Klasse wurde er gerankt. Borna Sosa ist dabei. Außenband Defensiv auch Nationale Klasse auf Platz 10 gelandet. Also auf Platz 10 gelistet vom Kicker. Ich weiß nicht, ob es wirklich dann auch darum geht, dass die Nummer 1 der Beste ist. Ich glaube aber tatsächlich schon. Also auf Platz 10 nehmen wir es mal so als richtig wichtige Wertung mit. Bester Zweikämpfer 21, 22 auf Platz 4. Mafopanas dabei. Davor nur Süle, Simakhan und Schlotterbeck. Also sehr, sehr starke, starkes Ranking auch da. Gleitic auch Platz 10 eingenommen bei den Stürmern. Nationale Klasse heißt das. Außenband Offensiv kann er dabei, aber Thiago Tomas ist in der Nebenkategorie neu auf dem Radar dabei. So, das sind so ein bisschen die Rankings. Machen weiter mit so ein paar ja, Rankings, wie auch immer. Ich nenne das Wort Rankings auch mal hier einfach. Statistiken ist glaube ich das bessere Wort dafür. Eigengewächse. Da sind wir diese Saison auf Platz, oder auf dem geteilten Platz 8 mit 6 Eigengewächsen, die diese Saison im Kader waren oder spielen durften, wie auch immer, vom VfB. 178 Ligaspiele gemacht. Ah ne, geht gar nicht um die Saison, sorry. Es geht darum, generell Eigengewächse in unserem Kader und wie viele Spiele die gemacht haben. Insgesamt glaube ich, dass wir bei 6 Eigengewächsen die 178 Ligaspiele gesamt zusammen gemacht haben. Natürlich die Frage bleibt, ist die Davi? Ne, der zählt als der EF nicht mit rein, der hat dann noch mehr Ligaspiele gemacht. Das heißt, der zählt schon wahrscheinlich mit rein, dass der schon noch weg ist beim VfB, aber das sind wir im guten, bunziger Mittelmaß, würde ich sagen, von der Durchlässigkeit von der eigenen Jugend. Um das nochmal kurz festzuhalten und auch vorhin schon mal angesprochen hier auch nochmal, wir sind auch scheinbar aktuell das jüngste Team in den Top 5 Ligen mit einem Durchschnittsalter von 22,8 Jahren. Danach kommt Spesia Calcio aus Italien mit 23,6 Jahren im Durchschnitt und das habe ich auch in meinem Instagram-Story schon reingepackt. Wir sind auf Platz 2 quasi der meisten Ausfalltage pro Spieler durchschnittlich in der letzten Saison. Nur Dortmund noch mehr. Also insgesamt 2490 Tage Ausfallzeit bei unseren Spielern und da 77,81 im Durchschnitt damit Ausfalltage pro Spieler. Bei Dortmund sind es 86,32, das ist auch richtig krass. Ganz oben dabei, also auf Platz 1, also wir sind jetzt so gesehen auf Platz 17, auf Platz 1, also je weniger, desto besser, auf Platz 1 Union Berlin oben mit nur 26,17 durchschnittlichen Ausfallstagen pro Spieler und das ist ja irgendwie natürlich auch ein Bild dann in der Richtung, wo es eben auch überraschend gut lief. Union ist eine Überraschung der Saison, Frankfurt mit der Euroleague ist eine Überraschung der Saison auf Platz 2, Freiburg auf 3, gut, Bielefeld auf 4 nicht so ganz, aber das ist schon, ja, gibt auch irgendwo dann Gründe in Sachen Verletzungen auch. Unsere Saison, wie gesagt, brauchen wir auch nicht nochmal groß überreden. Wäre deutlich, deutlich anders und ruhiger und wahrscheinlich auch mit einem schnelleren Klassenerhalt verlaufen, hätten wir von Spieltag 1 an und nicht gefühlt erst von Spieltag 20 an irgendwie eine Form von einer festen Stammelf gehabt. Das ist auch eine klare Geschichte. Das hatten wir auch hier schon mal, ich will es trotzdem nochmal sagen, weil auch die richtigen Daten jetzt dabei stehen, finde ich sehr interessant. Seit Dezember 2019 ist Materazze bei uns Trainer, damit der Trainer mit der viertlängsten Amtszeit in der Bundesliga. Davor seit September 2019, Thomas, heißt der Thomas Reis? Scheiße, keine Ahnung, Reis bei Bochum auf Platz 2, Urs Fischer, der ist seit Juli 2018 dabei bei Union und eben seit Dezember 2011 Christian Streich auf der Nummer 1. Das hier auch, haben wir auch schon mal angesprochen gehabt, Krokodile statt Blitzkrieg. Das war das, wo hier die U12 bei den German American Kickers da in der Zusammenarbeit irgendwie den Spitznamen Blitzkrieg hatte als Mannschaft und das natürlich nicht so gut ankam und hier einfach nur das Beispiel, wie gut die Kommunikation war. Die war auch damals sehr schnell und sehr ordentlich, die Kommunikation auch hier sehr schön kommuniziert. Jetzt heißen sie ja Krokodile statt Blitzkrieg, haben nochmal darauf, hier nochmal darauf, sich bezogen nochmal und eben auch hier nochmal Geschichtsworkshop mit den German American Kickers. Einfach eine schöne Kommunikation vom VfB, was solche Themen angeht. Und so, VfB hat selber abstimmen lassen. Da geht es voll ab im Social Media Game beim VfB. Die haben selber auch Abstimmung gemacht zu Spiel der Saison. Wahrscheinlich haben sie letzte Saison auch schon gemacht. Ich habe es nur nicht mehr im Kopf, aber ich meine, es ist was Neues. Auf jeden Fall, über 15.000 haben abgestimmt gehabt. Endo Nummer 1 geworden mit 42% der Stimmen. Danach Dinos mit 24% der Stimmen und auf Platz 3 Sosa mit 12% der Stimmen. Was beim VfB auch angefangen hat, ist der Start vom Projekt Modernisierung der Mercedes-Benz Arena. Da ging es los am 3. Juni. Da haben wir einige schöne Baggerbilder bekommen auf Twitter vom VfB. Und kurz Dauerkarten-Infos hier. Nach einer Woche sind schon 13.000 Dauerkarten verlängert worden. Die Mitgliederzahlen steigen. Wir gehen auf die 75.000 Mitglieder zu. Auch sehr, sehr geil. Jetzt dann auch noch aktueller von vor zwei Tagen. Es sind schon über 20.000 VfB-Dauerkarten weg. Da ist ja jetzt die Phase bis morgen noch, bis Montagabend, bis Montag. 13. Juni kann man seinen Dauerkartenplatz 19, 20 verlängern. Und dann gibt es ja von Mittwoch bis Sonntag die Wechselfase und dann ab Montag den Mitgliederverkauf. Was man aber auch machen kann, was ich auch getan habe, weiß ich, ob es jetzt noch so kurzfristig geht, aber es ging auf jeden Fall, den VfB-Service anschreiben per Mail und dann sagen, ey, verlängert bitte quasi meine Dauerkartenplätze aus 19, 20 bis Ende der Wechselfase. Also man konnte auch das dann quasi verlängern bis zum 19. Juni und sich quasi auch bis dahin noch seine Dauerkarte verlängern in der Wechselfase, wenn man auch in der Wechselfase nicht fündig wurde nach einem besseren Platz, den man haben wollte, eben dann doch oder den Platz, den man vielleicht doch lieber hätte und dann doch bei den Plätzen von 19, 20. bleibt bei sonst laufen die Dauerkartenplätze am Montag ab, ne? Die sind dann weg und kommen am Mittwoch in die Wechselfase und in den freien Verkauf, äh, freien Verkauf, in den Mitgliederverkauf und so weiter rein wieder, ne? Du hast hier ab, wenn du bis Montag nicht verlängert hast deinen Dauerkartenplatz, dann hast du den nicht mehr. Dann musst du ab Mittwoch gucken, dass du irgendwie an diese Karten kommst in der Wechselfase oder erst im Mitgliederverkauf, wie auch immer. Ich bin auch noch am Schauen, habe ja meine Plätze, ihr wisst ja Bescheid, in 47 E gehabt. In 19, 20 da ganz, ganz, ganz oben. Äh, vielleicht habe ich noch ein paar Bilder im Kopf aus der Saison aus den Stadion Vlogs. Ähm, auch keine Scheißplätze, so ist nicht. Ich werde es hier auch verlängern, wenn ich nichts Besseres finde, ne? So ist, das ist klar. Ähm, aber natürlich würde ich lieber noch tiefer in die Kurve rein, ne? Dieses 34D-Block oder so Sitzbereich-Kurve wäre sehr, sehr geil. War jetzt auch die ganze Zeit, man konnte ja auch aktuell schon neben dem Verlängern schon Zusatzplätze buchen, die halt schon frei geworden sind. Ähm, habe ständig geschaut, habe ich täglich öfter geschaut. Es ist keine Chance, irgendwie da an zwei Plätze nebeneinander zu kommen. Ähm, was ich gerne hätte, ja gerne zwei Plätze nebeneinander, so. Ähm, ja, das ist gefühlt eine gewissemöglichkeit, aber ich habe es mir jetzt verlängert. Ähm, das heißt, ich werde reingucken, Mittwoch, spätestens noch bis Donnerstag reingucken in der Wechselfase, ob ich irgendwas finde. Wenn nicht, wird verlängert. Ähm, ja, die Plätze für in 47 E, weil ich glaube auch noch mal ein kurzes Video dazu machen, äh, wo ich dann sitzen werde. in der nächsten Saison, von wo es die Stadionfloks aller Voraussicht nach dann in der nächsten Saison geben wird. So, Testspiele wurden angesetzt gegen Zürich und Brentford. Am 9. Juli gegen Zürich, am 16. gegen Brentford. Ähm, war ja Aufsteiger in die Premier League quasi vor der letzten Saison, ne, haben sie jetzt stark drin gehalten. Schweizer Meister ist Zürich, von daher ist er als Breitenreiter zu hoffen gegangen, der Trainer. Ähm, ja, einmal 17,30 am Pfiff, beim zweiten Spiel 15,30 am Pfiff. Äh, und das ist in Friedrichshafen und auch da über den VfB Friedrichshafen läuft der Verkauf. Genau. Und dann gibt es hier auch noch irgendwie einen Bericht aus Spanien, der quasi über Valencia geht, aber im selben Wortlaut auch nennt, äh, was Valencia scheinbar, ähm, ähm, ja, auch Vorbereitungen in der Schweiz macht und dann, ähm, ein Testspiel gegen den VfB hat. Wozu vom VfB noch nicht, ähm, ja, noch nicht offiziell, noch nichts kommuniziert, aber scheinbar haben wir wohl noch ein weiteres Testspiel gegen Valencia, was ja auch vom Klub her ein ganz cooler Klub ist, so, ne. Und dann noch ganz zum Schluss kann ich euch wieder wie immer sagen, alle Links zu allem sind unten in der Videobeschreibung verlinkt, im großen Sammellink. Ihr wisst Bescheid, wie das Ganze abläuft und da auch als vorletzter Link ist dabei die Wahnsinns-Hütte von Alu Kohl beim Copa Asia Cup, ähm, also unter 23 Copa Asia, ähm, Flanke rein und der haut das Ding halt, ich weiß gerade leider, ich bin gerade leider in der Fußballsprache echt nicht, bah, wie heißt das Ding? Er macht ihn quasi von hinten mit der Hacke so, so Fallrückzieher-mäßig auch mit der Hacke. Das hat auch einen bestimmten Begriff, mir fällt es gerade leider nicht ein, ihr wisst bestimmt besser, ähm, das ist ganz unten mit dabei und noch eine kurze, äh, ja, kurze Promoaktion, wie immer, hier in VfB News, ihr bekommt die News natürlich auch alle viel früher und viel schneller aktueller in meinen Instagram-Stories, also lasst gerne ein Abo da auf Instagram, jetzt auch gerade die nächsten Tage, weil ich ab dann Donnerstagmittag bis dann irgendwie Montagmittag bei Southside bin auf dem Festival, heißt auch, am Freitag wird es kein Video geben oder sowas, was ich eigentlich gemacht hätte dann zum Thema Spielplan, weil am Freitag, am 17. soll der Spielplan rauskommen, werde ich natürlich vor Ort kein Video machen können, das wird sehr wahrscheinlich eine Instagram-Story halt einfach kurz geben, kurz ein Screenshot von unserem Spielplan so, deswegen bleibt da am Ball, folgt mir auch gerne auf Instagram, bedankt fürs Zuschauen, natürlich hier wie immer noch am meisten fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.